Zehner, Caller Bang. Wie viel, 4 Euro haben die da gelegen? Hier finden die Jungs vorne. Wer das? Caller Bang, hier. Zehner, gib ich mir schon eine Masse. Warte, 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 warte. Hast du? Ich hab nur einen, reicht mir. Ist egal, du hast ein Sturmfahrzeug, nur in den zweiten auch noch. Wie weit würdest du dich wegschmeißen? Weit. Zehn Meter, schmeiß mal jetzt. Können wir? Ja, klar. Schieße rein!